Ah, okay, Plan B, ich brauche einen Plan B, ich brauche einen, ich brauche Molli! Verpiss dich! Nein, nicht mich! Eine Notiz? Ein Aufzeichnungsgerät? Äh! Wenn auch nur mit mir selbst. Du hast mich neulich ziemlich böse geschlagen. Ernsthaft? Es tut immer noch weh. Ich wollte dich bloß füttern. Du hast mich geschuldigt, dir Essen zu klang. Hast du eine Ahnung, wie hungrig ich bin? Ich weiß ja, dass nur das Fieber aus dir spricht, aber... Ich bin abgehoben, weißt du? Herrje, ich war schon 10 Meilen aus der Stadt, bevor ich mich umgedreht habe. Du hast schon recht. Schlafen zusammen, essen zusammen, scheißen zusammen. Wir sind eine Familie. Also... Nein, nein, ich gehe nirgends hin. Ich bin jetzt nicht so dermaßen viel schlauer daraus geworden, aber ich nehme es jetzt einfach mal zu gehen. Ich bin jetzt nicht so dermaßen viel schlauer daraus geworden, aber ich nehme es jetzt einfach mal zu gehen. Hm... Vielleicht finden wir irgendwann noch eine zweite Nachricht, wo es dann weitergeht. oder auch so schnell, obwohl wir erstmal gleich nachsehen müssen. Wir müssen uns halt mal irgendwie schauen... Ach. Oh scheiße... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, ne? Oh Scheiße Ja, ein Medikid Bitte, 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 bitte Ja Ich lasse euch nicht los Ich lasse euch nicht los Ach, guck an Die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt Nein, die Außendichter gehen nicht Woher weißt du das? Melanie, wenn Fireflies hat es mir erzählt Das sieht cool aus Hast du Lust? Ja, sieh ja Wie macht man es an? Ja Ist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow Riley, komm her Nein, du schaffst das Los Oh Mann, das ist irre Oh Mann Drückt mal auf Gas Komm, Sean, komm hier hoch Setz dich neben mich Okay, warte Ich bin doch gerade erst drin Lebe! Also ich fand's toll Da hast du's Oh Ich hab' da noch was Was ist das? Was sagt der Hase zum Egel? Was ist das? Du bist so spitz, finde ich Nee, oder? Du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Ähm Die kalte Schulter Ja Hier Für dich Weißt du Du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden Ich mein' ja nur Ich kenn' dich doch Ich mein' ja nur Guck an Da hat sie also das Witzbuch auch her Okay Hey, bist du bereit? Bereit Was bestellt dein Hund im Restaurant? Bakedoffel Ah Sehr gut Der war gut Auf Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen Ich lese gerade ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weg Schön Ja, der ist klasse Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde Oh 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 Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Viele Castro Ja Ja Wir entstehen Kinder Na, Intimarbeit Oh Ja 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 Intimarbeit Ja Ja Ich hatte mal einen tollen Witz über Amnesie Aber Ich hab die Ja 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 Wie findet Knecht Ruprecht den Weg? Mit dem Guten Planer Okay Ah Ah Klar Ach Wohin warten wir gerne Ganz klar im Sekt Ah Der ist gut Echt gut Welche Worte machen jeden eigentlich? Man über Bord Oh Das ist Fies Das ist Fies Wo haben Inder die Toilette? Oh Das weiß ich Nee, am Ende des Ganges Das war bis jetzt der Beste Ja Klasse Wer denn nicht verstanden hat, den Ganges ist ein Fluss in Indien Warum denn ein Alki, wenn er vom AA treffen kommt? Weil es so ein lüchternes war Okay, wo wohnen kannst Klar doch Das hab ich schon oft erlebt Das war's? Das ist der ganze Beste Mitos Ein Tor damit Ich glaub mich gleich tot Mitos Ah Abendzeitungsschlagzeile Comiczeichner tot aufgefunden Tatumstände noch Skizzen Hahaha Ja, der ist cool Oh man, ich liebe das Buch Wie bezeichnet man einen ausgehungerten Vampir? Ah, okay Blutarm Ja, okay Ja, blutarm Wie sonst Okay Was macht ein Hacker am See? Ah Fisch 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 mit BH Das ist so dumm Das ist so was von dumm Oh nee Fisch Fisch Gaa Was hat ein Rouje Ein Fernrohr Fisch Gaa Fisch 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 Oh man Nerv... Ja, okay. Witzstunde beendet. Wo? Wo denn? Wo zum Fick? War da hinten nicht noch irgendwas? Nee. Ah, hier! Ja! Ja dann! Kann man sogar auf Facebook teilen! Okay. Wähler ein Thema! Äh, wer ist mit, äh... Cool! Wie sieht ein cool denn aus? Wo ist der Typ denn cool? Na, er hat eine Sonnenbrille und ist ein Häschen. So schön. Ein cooler Hase. Ich bleibe bei cool. Okay, lächeln. Wie ein Engel! Okay, was gruselig ist! Dinosaurier! Oh nein! Oh, jetzt mal eine Fratz. Okay. Kugelfisch, Kugelfisch. Okay, jetzt albern gucken. Okay. Schweinsnase! Oh, schön fertig! Okay. Hey, da sind wir ja! Wir sehen bekloppt aus. Aber trotzdem super! Ähm... Oh, nehmen wir mal mit! Oh, die sehen toll aus! Was ist ein Facebook? Vielleicht bildet ihr das Gesicht dann ein Buch? Nerv! Ah, hier kann man dann Fotos auf Facebook posten! Ah, hier kann man dann Fotos auf Facebook posten! Na! Nein! Oder wir drucken unsere Bilder einfach aus! Genau! Ah, ich kann nicht fassen, dass das funktioniert! Haha, ich weiß! Na ja, was? Okay. Nochmal! Was? Oh, komm schon! Verdammt! Der Loh jetzt! Oh! Oh... Oh... Was ist jetzt passiert? Jetzt ist es vor uns! Ich glaub, du hast recht! Also... Wollen wir uns weiter umsehen? Oh... Achtung! Die Sechs-Uhr-Schicht beginnt in zehn Minuten! Alle eingeteilten Bürger müssen nicht zum Einsatz werden! Oh, ich hasse sie! Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen! Ähm... Achtung! Die Sechs-Uhr-Schicht beginnt in zehn Minuten! Haha! Okay, jetzt ich, jetzt ich! Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen! Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort den zuständigen Bereichsleiter! Nicht vergessen! Und Tätigkeit kostet Leben! Eben! Haha! Ja, das wäre viel besser! Oh, weia! Hey! Die Rolltreppe funktioniert! Komm her! Ja, ja, Sekunde! Ich hab hier noch eine Notiz! Eine Küchennotiz! Die ist ganz dringlich! Donnerstag! Ich bin so ein Arschloch! Jawoll! Hast es total erfasst! Du olle pissenelten Arschnagen! Vollziehen Kopf! Pisteimer! Edelgesicht! Mann, war das stylisch! Vor ein paar Tagen kam ich früh von meiner Patrouille zurück und da sitzt die kleine Elli neben meinem Zelt und streichelt mein Pferd. Während sie sich die Augen ausheult, und was mache ich? Ich haue ab, bevor sie mich bemerkt! Ich meine, was zum Teufel sollte ich ihr sagen? Hey, Winston! Hi, Elli! Kannst du bitte aufhören zu weinen? Es stört mich! Danke! Ja, das wäre toll gelaufen! Sie ist immer so fröhlich mit ihrer endlosen Fragerei, dass man gar nicht auf die Gedanken kommt, dass sie tief im Inneren so traurig ist. Sie trägt diese Maske wirklich gut! Ich bin so ein Arschloch! Ja! Vollkommen richtig! Haben wir sonst noch vielleicht irgendwas? Bevor wir jetzt die Rolltreppe hochgehen, weil ich befürchte, wir werden anschließend dann hier unten nicht mehr runterkommen. Aber ich denke mal, wir sollten eigentlich alles haben. Von dem her... Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Teilweise mag ich Kauf aus Puppen nicht. Und... Moment... Was machst du denn so? Pfff! Du bist eine Böse oder Puppe? Du bist eine Böse oder Puppe? Du bist eine Böse oder Puppe? Vielen Dank.